Was ist das hier? Wer hat uns hergebracht? Das wissen wir nicht. Was, wenn wir aus einem bestimmten Grund hier sind? Du bist der Wahrheit so nahe. Willst du nicht wissen, warum das alles passiert ist? Drei Jahre waren wir hinter diesen Mauern und haben versucht auszubrechen. Und jetzt wollen wir wieder einbrechen. Dann sitze ich vorne. Du kannst nicht alle retten, Thomas. Ich kann's versuchen. Wann? Wann hört das auf? Wenn wir das Heilmittel dagegen finden. Es gibt kein Heilmittel! Festhalten! Thomas, du kannst deine Freunde retten. Oder du rettest uns alle. Ich kann's versuchen. Untertitelung des ZDF, 2020